Das ist drüben oder was? Das passt schon. Passt schon. Das ist neu oder? Nein, ich habe die alte Nummer mit KB gewaschen. Nein, ich weiß nicht, dass er in seinem Zimmer gestanden ist. Nein. Also gut. So. Du musst die Rolli machen, dann bist du schnell unten. Wieso? Ja, du musst die Rolli machen, oder? Ja, du musst die Rolli machen, oder? Ja, du kannst die Rolli machen, oder? Ja, du kannst die Rolli machen, oder? Nein, nein, nein. Wieso? Kann ich reden, oder? Echt hier unten? Ich bin beahmert gegangen, oder? Ja, wir werden jetzt eine Mine. Äh. Also komm, gerne hier, warte noch ein bisschen. Ich darf es dann entschärfen. Ja, du bist wieder zusammengeschossen. Ha! Der hat eine Mine geschmissen. Jetzt machst du dich jetzt Spezialzahlen. Was? Ja. Ja, die Mine liegt auch mal noch unten dran. Ja, die Mine liegt auch mal noch unten dran. Äh, die haben jetzt wieder kein Leben beschränkt, gell? Also wir haben hier schon endlich Lämmen. Wir haben unendlich Lämmen. Nicht unendlich Lämmen. Nicht so. So unten oder oben? Ja. Oh, die Sicht kommen wir jetzt, ja. Gepackt da, oder? Nein. Schätze. Schätze. Jetzt muss auch mal sein, oder? Dann... Hup vor, deine! Scheiße! Gibt's doch nicht. Ohne keine Lämmen, ich hoffe. Also, oben und unten ist auch oben und unten. Also, oben und unten ist oben und unten. Oben und unten ist oben und unten. Okay. Und du, einfach du nehmen und du hast... Ja, so lange nicht. Kannst du das auch so machen. Damit ist es entschärft. Also, oben ist jetzt frei. Wenn ich jetzt so hier und dann rückgebe ich, oder? Ja. 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 So hier rein. So hier rein. So hier rein. Ja, gut, das weiß ich jetzt. Okay, unten ist markiert. Was ist für ein komisches Geräusch hier. Was ist für ein komisches Geräusch hier? Was? Was ist denn das? Ach, scheiß Ansicht ist das, Mann! Da meint man, dass der Ofer ist und aber ist nicht Ofer. Nein, ist nicht. Dann hast du demnächst an der zweite gekommen. Die erste hat sich irgendwer verkochen und dann ist der zweite dabei. Oder hast du dir geheilt und dadurch von dem Ding wieder freien? Kann das sein? Hm. Ich glaub's dir schon wieder, dass ich... Ja, dass ich mir gegriffen meine ganzen Nämme wieder zum Verholzen. Das ist der Mini jetzt, oder? Unten ist er. Neben dem unteren Einsatzziel, sondern... Markiert. Was ist da, wo der andere ist? Nein. Auf... Vollmäßig. Was ist die Markierung, oder was für den? Was ist... Was ist was? Ein... Ein rotes Dreieck. Das... Das ist... Wie man abliegt. Ich sehe doch rotes Dreieck. Mach da? Ja, ja. Ja, wenn es ihn unten zeigt, dann ist er unter dir. Wenn es ihn oben zeigt, dann ist er über dir. Ja, so. Und wenn es ein Punkt ist, dann ist er... So die, wenn ich so die. Wenn er ihn unten zeigt, dann ist er eins unten. Oh, da würde ich einfach hocken. Ist der gleich. Cool. Fix hier. Achtung! Ich bin gelungen. Ja. Schau, fix. Schau, okay. Ja. Ist es wieder? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nein, das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Wirst du das zu chasten oder nicht? Ist das bei dir? Ach, das ist bei mir. Scheiße. Scheiße. Ich habe ja gar nichts in dir, wo du drinnen stellst. Was ist denn das denn locker wie ein besonderes Mal? Was ist denn klar? Fuck! 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 Ich bin halt direkt in der Erd gekommen. Schnell verdammt, dass ich mich in die Zange geschlagen habe. Obwohl er, dass ich mich gar nicht in die Zange geschlagen habe. Ja, das sieht man aber normalerweise. Fuck! Oh, das ist jetzt knapp schon wieder. Da hat bloß so ein Scheiß-Dings zwischen ihm und mir. Was ist denn das denn? Das ist immer gekommen, oder? Oh, da ist er jetzt wieder. Was? Was? Wo bist denn du? Im Gang ist er nicht. Und vorne ist er in den Peilen, da? Du bist doch schon. Du drückst da und dann halt auch da. Das darf bloß so ein bisschen zusammen machen. Wie ist denn das Oben? Ich erinnere mich auch. Machen wir bitte bis der Reweil auch. Wie viel? Na ja, du bist jetzt jetzt oben, oder? Ja. Klingt halt gut. Der andere hat ihn da drinnen, super. Warum schaut die Kamera da voll durch? Schau mal, wie sieht mich der? Der schaut halt, man sieht halt überhaupt nichts. Der Arsch, der hat alle noch drinnen. Ich soll ja das machen. Die Kamera richtet sich wieder an. Ich hoffe mal, dass er seinen Zweck erfüllt. Schessi. Das ist du? Ja. Ja. Wir haben ja keine Zeit mehr. Schnell jetzt halt. Haken, haken, haken. Oh, das bist du nicht. Ja, bring mal rum. Ja, meint, schau wir noch. Keine Chance. Ich hab mir eh verzeiht, was er mit dem Scheiß da sein. Weil er mich dahin gehabt hat. Keine Chance. Du hast uns das zweite Mal reingekommen, wenn ich einen anderen angehe. Boah, nein. Das Problem war halt, dass ich voll Angst gehabt habe, dass ich mein ganzes Leben verliere. Die zu, deswegen hab ich eben extra heilen sollen. Du boah! Ja, sieh. Keine Chance. Dich mal sehen, dass du an. Ich hatte eine blöde. Blöde was bleiben. Na gut, ich warte jetzt bis stauken. Tanz aufis, Junge. Kippe! Ich bin der Schlüssel. Ich bin der Schlüssel.